Ready, man. So, hier bin ich. Was habe ich vor? Ich werde Bungee Jump. Ich habe jetzt für zwei Sprünge bezahlt. Mit Wasser berühren werde ich auch noch. Es wird ein Wort Spaß. Ich habe ein bisschen Schiss, aber es ist mir scheißegal. Ich werde es einfach machen, reinspringen und dann wird es schon gut gehen. Das wird später.